Olivia Jones und Steffen Halaschka wagen ein außergewöhnliches Experiment. Hast du Angst vorm Sterben? Ich hab Angst davor, dass ich meine Kinder nicht aufwachsen sehe. Sie machen sich auf den Weg zur letzten Reise. Sie beide interessieren sich also für das Sterben? Und treffen dabei Menschen, die den Tod vor Augen haben. Der erste Gedanke war, scheiße, ich werd sterben. Ein neuer Blick auf das Ende, das ein Anfang sein kann. Es ist heute schon eine Station, vor der ich echt Schiss hab. Ich hab Angst davor, dass es mich zu sehr berührt, zu sehr anfasst. Ist es vorbei? Nee, fängt grad wieder an von vorne. Meinen eigenen Sarg zu bemalen, das macht natürlich was mit einem. Tada! Es muss ein Tag voller warmer Erinnerungen sein, dann ist es eine gelungene Beerdigung. Das hab ich gar nicht so bedacht, dass die Beerdigung das große Finale ist. Sterben für Anfänger, jetzt nur auf RTL Plus. Jetzt kostenlos testen.